In der Maschinenring Akademie, also unserer gemeinsamen Lernplattform, gibt es aktuell 177 Kurse. Alle sind für euch verfügbar. Derzeit sind 8000 Nutzer auf unserer Lernplattform. Seit wir die Lernplattform haben, gibt es bei den Kursen auch Wissensüberprüfungen und diese werden von den Lernenden zu über 97 Prozent richtig beantwortet. Wir haben uns in der letzten Zeit sehr intensiv mit der Zukunft der Maschinenring Akademie beschäftigt und da vor allem mit der Vision und der Strategie. Die Strategie der Maschinenring Akademie beinhaltet drei große Teile. Teil 1 ist, dass wir zeitnah nutzbares Wissen für unsere Zielgruppen zur Verfügung stellen wollen. Das sind die Mitarbeiter, das sind die Funktionäre und das sind die Mitglieder. Das zweite ist, dass wir Geld investieren in die Bildung, damit wir die agrarischen Betriebe, die Organisation und die Mitarbeiter weiterentwickeln können. Und das dritte ist, dass wir durch standardisierte Ausbildungspfade ein Basisniveau bei euch Mitarbeiter für euren Job schaffen. Und ich freue mich jetzt über Feedback von den Anwendern der Kurse und der Lernplattform. Hallo, ich bin der Andreas Landal. Ich bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Schweinehaltung und Ackerbau. Bei uns werden alle Ferkel, die auf die Welt kommen, gemästet und auf unseren Feldern kultivieren wir Mais, Getreide, Raps und Rüben. Ich habe mit der Maschinenring Akademie mehrere Erfahrungen gemacht. Ich habe unter anderem bei einem Video zur Pflanzenschutzgerätereinigung mitgearbeitet, genauso wie ich es jetzt hier auch wieder mache. Ein Video hat den Vorteil, wenn das Wetter draußen schlecht wird, kann man innerhalb von fünf Minuten vor dem PC sitzen und muss nicht 30 Kilometer irgendwo hinfahren. Und wenn es am Traktor langweilig wird, weil das GPS Lenksystem alles übernimmt, kann man sogar am Handy sich weiterbilden. Es gibt viele allgemeine Informationen für die Landwirtschaft. Und in der Maschinenring Akademie will ich zukünftig Informationen finden, die genau zu meinem Betrieb und zu meiner Technik passen. Ich bin mir sicher, dass sich die Maschinenring Akademie in der Zukunft toll weiterentwickeln wird.